Leute, wir sind heute wieder zusammen in Roblox Rivals unterwegs. Ich habe dazu ja schon ein Video gebracht, das könnt ihr hier oben sehen. Und ich gehe heute her, meine lieben Leute, und ich werde heute so richtig reinpowern hier. Wir werden heute auf jeden Fall Level-Up gehen ohne Ende, meine lieben Leute. Und das werde ich 24 Stunden lang durchziehen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Domination! Es ist ein 5 gegen 5, Leute. Das ist neu. Das ist nämlich neu in einem Update von Rivals und, oh, holy lord, was... Okay, wir werden ein bisschen schwindelig. Fäuste, Granate. Jo, ich habe halt nichts Besonderes, ne? Aber das macht nichts. Das macht nichts. 5 Eliminierungen und ich muss einmal gewinnen, Leute. Ich glaube, das kriegen wir locker hin, ne? Das kriegen wir schon locker hin. Oder auch vielleicht nicht. Oh, 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 oh. Oh, holy lord, oh, holy lord. Oh, 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 oh. Ist der da reingelaufen? Oh, er hat mich geholt, jo, er hat mich geholt. Mit seinen Fäusten. Oh mein Gott. Der betonierte einfach Mauern hin, der Bruder. Ich glaube, ich spinne. Okay, der kennt sich aus. Oh Gott, ich glaube, ich bin zu langsam dafür. Jo, die Leute sind schon 52 und 63. Jo, ich bin in eine Anfänger-Coup eigentlich reingekommen, jo. Also nur mal so, ne? Nur mal so. Nur mal so zum Mitmeißeln. Es war eine Anfänger-Coup, in die ich da reingeschallert bin. Ich bin viel zu langsam für diesen ganzen Käse. Viel zu langsam bin ich, sage ich euch. Warte, 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 ich stürme. Oh, oh. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Warte, 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 warte. Ich komme von hier, ich komme von hier. Oder auch nicht, weil ich die Map nicht kenne. Oh Mann, oder auch nicht. Sind alle dead? Ja, alle sind dead. Okay, great, great, great. Okay, nice. Explodiert das? Ne, ja, doch, doch, das explodiert. Oh, holy lord, da oben ist noch einer. Einer lebt noch. Einer lebt noch. Warte, ich will da hoch. Oh mein Gott, ich brenne. Gut, wir haben gewonnen. Nice. Ich habe alles gemacht. Alles mir zu verdanken. Oh, kacke. Oh mein Gott, ich bin gerade gestorben, weil ich ins Wasser gefallen bin. What is happening? Okay, ich kletter mal da hoch jetzt. Ich verschaffe mir mal einen Überblick. Oh, oh, oh. Oh Mann, wieso habe ich den nicht getroffen? Okay, einen Assist habe ich gemacht. Okay, der ist dead. Nice, der ist dead. Ich camp hier einfach oben ein bisschen auf dem Dach rum. Ich glaube, dass das nicht schlecht ist. Ich glaube, das ist gar nicht mal so bad. Wie viele leben noch? Zwei. Zwei leben noch. Alright, wo sind die? Warte, warte. Oh, hier, hier, hier. Oh, oh, oh. Das war aber ein richtig nicer Hit, oder? Das war aber ein richtig brutaler Hit. Darüber hüpfen? Ja, kann ich. Alright. Okay, der ist auch dead. Da lebt noch einer, ne? Wo ist der? Der gammelt irgendwo rum. Er gammelt irgendwo rum. Die Frage ist, wo er rumgammelt. Jetzt ist der abgesoffen. Ich glaube es nicht. Jetzt bin ich der Letzte hier. Last man standing. Oh, oh. Oh mein Gott, triff ihn. Wuhu, nice. Nice, nice. So ein Ding ist das. Ich habe erst drei Eliminierungen. What? Anfängeraufgaben, Leute. Und ich spiele hier in einer, keine Ahnung. Oh, warte mal, warte mal. Da eiert einer rum. Lol. Lol. What? Was war das denn? Jo, was haben die eigentlich für ein Fadenkreuz? Was haben die für ein Fadenkreuz? Ah, man kann das einstellen. Okay. Braucht noch eine Eliminierung. Jetzt muss ich aber mal hier, ne? Jetzt muss ich mal, muss ich mal abgehen hier. Das gibt es ja gar nicht. Ich muss wieder aufs Dach. Oh, auf dem Dach ist einer. Ich komme hier hoch. Jawohl. Keine Ahnung, was der macht, jo. Okay. Nice. Ich bin vielleicht nicht so schnell wie die anderen. Aber ich, ich, ich treffe. Ich kann zielen. Das kann ich. Zielen, ne. Zielen kann ich. Okay, da komme ich nicht hoch. Aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund. Ui, 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 Memo. Komm her, komm her, komm her. Oh, oh. Nachladen, nachladen, nachladen. Nicht gut, nicht gut. Huh, huh. Alright, 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 alright. Wo ist der Restliche? Wo ist der andere? Da oben, da oben. Eine Granate reinwerfen. Oh, eine Granatenquill wäre mal gut, ne? Oh, Mann, Mist. Komm schon, wir müssen gewinnen. Ich will drei Schlüssel haben. Bisschen mehr. Oh, oh. Oh, oh. Ich darf hier nicht rumcampen. Ich muss immer in Bewegung bleiben. Komm schon, komm schon, komm schon. Warte, Granate. Bam. Oh, trifft sie? Trifft sie? Das wäre natürlich wild, wenn die treffen würde, Mann. Ich muss mal nachladen hier. Oh, oh. Komm, 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 komm. Ich will den kriegen. Ich will den kriegen. Oh, nice, nice, nice. Nice, 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 nice. Schnell, schnell, schnell. Krabbel da hoch. Krabbel da hoch. Nach oben, nach oben. Dann wird man dich loben. Da hinten ist noch einer. Warte, den hole ich mir. Den hole ich mir jetzt. Ja, nice. Du mit deiner RPG, Alter. Nix gibt's. Ich bin gar nicht so schlecht, ne? Ich bin gar nicht so kacke. Ui, 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 ui. Was war das? Oh, oh. Okay, nachladen, nachladen, nachladen. Oh, kurz noch nachgeladen hier. Oh, einer lebt noch. Oh, wo ist der? Ja, gewonnen. Nice. Nice. Haben wir jetzt mal, haben wir jetzt mal gesiegt? Ich werfe jetzt einfach random irgendwo eine Grenade hin. Die mit ihren RPGs, ey. Okay, einen Assist hab ich gezogen. Unten ist einer. Ne, da war keiner. Oh mein Gott, Alter. Die haben die ja richtig hier weggerippt. Ist ja übel. Okay, die wurden jetzt richtig weggerippt, Mann. Nice. Ja, wild. Drei Schlüssel hab ich bekommen. Wichtig und richtig, Leute. Warte mal, so Rucksack. Was hab ich denn hier? Ähm, Extrabeutel. Was ist das? Was ist das? Hammer. Okay, ein Hammer. Alright, was ist das? Basketball. Ich hab halt keine Ahnung, ne? Ich hab halt keine Ahnung, was... Ach so. Ah. Okay. Ach so. Jetzt versteh ich. Okay, warte, warte, warte. Dann kann ich die jetzt... Ich öffne jetzt mal hier alle, ne? Ich öffne einfach mal alle. Keks, Alter. Okay, ein Keks. Keine Ahnung. Oh, Fäuste. Fäuste. Käfig. Was? Und für die Granate gibt's auch was. Ninja Stern. Okay. Ich hab einfach ein Käfig an meinen Händen hängen. Was? 8000 Jahre später. So, okay. Sturmgewehr. Stufe nach oben kann ich da auch machen. Alright. Okay, dann ist das Stufe 2. Aber... Was ich noch machen wollte, ist... Ich wollte hier noch... ...mir das Katana hier noch holen. Weil das Katana sieht auch sehr wild aus. Das wollte ich mir auf jeden Fall auch noch gönnen. Und dann kann ich hier auch noch eine Stufe nach oben. Was das heißt. Und dann machen wir, glaube ich, die Primärwaffe aber nochmal hoch. So, hier. Zack. Hab ich hier eigentlich einen Finisher? Ne, ich hab hier keinen. Ja, und was heißt Finisher? Zum Besiegen eines Feindes. Ah! Okay, ich verstehe. Deutet. Es gibt hier nämlich im Shop, ne? Es gibt hier im Shop Finisher-Pakete für 15 Schlüssel. Da will ich mir jetzt auf jeden Fall mal einen holen, Leute. Alright, gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zum Hub. So, jetzt hab ich hier einige Sachen, Leute, ne? Alter. Das hat jetzt aber auch ein bisschen gedauert, um ehrlich zu sein. So, Crossroads finde ich irgendwie nicht so... Ähm, nicht so nice. Wir nehmen mal die Arena. Die Arena ist so tatsächlich das Coolste eigentlich. Ich glaube, Skistand ist auch nicht so wild. Oh nix. Bau. Ja, wir werden sehen, wo wir landen. So, ich nehme jetzt mal das Gewehr hier. Das Katana und die Granate hier. Ui, ui, ui. Memo. So, Leute. Dann machen wir mal weiter jetzt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie die Waffe hier ist. Ob die gut ist oder ob die nicht gut ist. Ob mir die gefällt. Oh, das ist... Oh, das ist... Oh, das ist so... Kann ich irgendwie das Ding umschalten? Nee, kann ich nicht, ne? Oh, ich weiß nicht, ob die gut ist. Ich habe keine Ahnung, ob die gut ist. Ui, ui. Oh, no. No way. No way. Er hat mich gekillt. Yo, der Sniper. Nice. Wild. Wichtig und richtig. Ui. Oh, Memo. Not bad. Okay, jetzt ist er einfach dead. Auch nicht schlecht. Also, ich weiß nicht, ob das Sturmgewehr... Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Ne? Ah ja, das ist hier. Okay. Damit kann ich quasi ein bisschen so zuhauen. Das ist gut. Oh, Mann. Wo werfe ich eigentlich immer die Granaten hin? Das ist nicht in Ordnung. Das ist wirklich nicht in Ordnung. Oh, 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 oh. Ich laufe jetzt hin. Ich messere die jetzt. Ich messere die jetzt sowas von durch. Wo ist er? 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 Ich über... Ey, ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Ich kriege überhaupt nichts mit. I can't see shit. Also, die Waffe ist... Die Waffe ist kacke, Leute. Die Waffe ist richtig kacke. Die ist richtiger Ass. Da komme ich überhaupt gar nicht klar damit. 0,0. Das ist wirklich so überhaupt nicht. Okay, ich werfe die Granaten wieder irgendwo hin. So, Leute. Jetzt muss ich mich hier aber mal ranhalten, ne? So. Einmal dead. Oh, da unten. Da unten snipet einer, oder? Lol. Wie oft soll ich ihm noch ins Hirn schießen, hä? Was war das denn? Was war das denn, yo? Was war das denn zur Hölle? Er hat sich einfach da hinten versteckt. Das war... Das hätte ich sein können. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich bin einfach zu langsam. Ich bin zu... Ah! Ah! Warum bin ich so schlecht? Warum bin ich so schlecht? Oh, das hat es gar nicht gebracht. Überhaupt nicht. Mann! Was? So. Warum snipet mich der immer weg, yo? Why? Hab ich dich. Bam. Hab ich dich. Hab ich dich mit meine Katana. Mit meine Katana! Ich bin MVP. Ich hab doch gar nichts gemacht. So. Team Todeskampf. Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet. Ich hab keinen Dunst. Ich hab for real keine Ahnung, aber wir werden es gleich rausfinden, Leute. Das ist irgendein Spielmodi auf jeden Fall. Wir werden es gleich rausfinden. Naja, okay. Also hier schieße ich auf niemanden drauf. Alright. Okay. Irgendwo hier. Irgendwo hier höre ich einen. Irgendwo hier höre ich einen rumeiern. Ei, 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 ei. Das wäre fast schiefgegangen hier. Das wäre fast schiefgegangen. Warte, warte, warte. Warte, kann ich den... Kann ich den Snipe? Kann ich... Oh! Oh no, no, oh no. Das wäre so schön gewesen. Oh no, das wäre so schön gewesen. Oh, nein, nein, nein. Mit Sniper? Oh mein Gott. Das ist aber nicht gut. Da oben steht er. Irgendwo, irgendwo ist hier... Irgendwo ist hier ein dicker Sniper, der mir so richtig... Schon wieder! Yo, was ist mit ihm? Ich höre den gar nicht schießen. Boah, ich muss den, ich muss den, ich muss den irgendwie killen. Ich muss... Ich muss den irgendwie killen. Okay, Archie steht da einfach irgendwie immer rum. Keine Ahnung. Ich dachte vorhin irgendwie, das ist eine Statue oder so, aber... Nee, das ist keine Statue. Warte mal, da oben eiert einer rum. Warte mal, da oben. Der versteckt sich. Oh man, schade. Schade, Marmelade! Jetzt komm schon, jetzt komm schon, jetzt komm schon. Okay, da ist er nochmal, da ist er nochmal. Der gehört mir, der gehört mir. Oh man, komm, mit der Pistole, mit der Pistole. Komm. Okay, okay, okay. Der ist AFK, der Bro. Aber da habe ich zwei Schüsse erhalten. Warte, das ist gut, das ist gut. Zwei Schüsse sind gut. Oh, komm schon. Ich muss nachladen, Bro. Ich muss nachladen. Oh Junge, ey. Er mit seinem Kack-Revolver, Mann. Das können sie mir nicht erzählen. Das können sie mir doch nicht erzählen. Ich rush jetzt. Warte, 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 warte. Ich kletter da hoch jetzt. Ich kletter da hoch. Keiner wird es merken. Keiner wird es merken. Ich mache... Ha, habe ich dich. Habe ich dich. Ja, das Katana ist wild. Das gefällt mir, das Katana. Der Katana ist very, very nice. So, warte, 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 warte. Ich mache das so. Ich sneak mich von hinten ran. Ich sneak mich von hinten ran. Der Allerechte. So. Okay, okay, den habe ich. Oh. No. Er mit seinem Revolver, Mann. Er mit seinem Kack-Revolver. Okay, er gammelt auch wieder nur rum. Leute, die sind alle, sind alle AFK, Mann. Was soll denn das? Oh, ich habe ihn gespottet, Leute. Ich habe ihn gespottet. Wie viel ich da reinbuttern muss. Irgendeiner läuft mit der Kettensäge rum. Den hole ich jetzt mit dem Katana. Pass auf. Ich hole ihn mit dem Katana. Warte. Oh, 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 oh. Nicht auf mich schießen, Mann. Wenn ich ihn mit dem Katana holen will. Okay, gut. Das hat nicht so gut funktioniert. Oh, Mann. Oh, schade. Schade. Ich wollte, dass mir der direkt hier reinhüpft. Schade, Marmelade. Oh, 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 oh. Da oben kriege ich noch. Der ist AFK. Ich weiß. Oh, Mann. Oh, Mann. Ist das dumm. Ist das dumm. Ich wollte ihn abschießen. Oben steht er wieder. Wie kann man denn nur die ganze Zeit AFK sein? Assist, Alter. Jetzt hat ihn mir einer geklaut, weil ich ihn markiert habe. Ich, Otto. Komm her. Komm her, komm her. Jawohl. Noisely done. Noisely, noisely done. Er ist da hinten gut versteckt, ne? Der AFK-Farmer. Warte mal, habe ich noch eine Granate? Aber die kann ich nicht so weit werfen. Die kann ich nicht so weit werfen. Jetzt steht er da oben, Mann. Ich glaube es nicht. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Das gibt es nicht, yo. Guck mal, wie viel hält der aus? Wie viel hält der aus, der Archie? Wie viel hält der Archie denn aus? Tja, dumm gelaufen, ne? Dumm gelaufen. Das war ja wohl nicht so gut. Oh, oh. Oh, oh. Irgendjemand hat mich... Oh, Mann. Immer da oben. Immer da oben. Immer da oben am Rumeiern. Am Rumeier. Gammeln. Warte. So ein Ding ist das. Mein lieber Herr Gesangsverein. Oh, was ist das für eine nice Brücke? Oh, da will ich ja mal drüber... Oh, er schon wieder. Er schon wieder. Hier, meine Nemesis. Das ist meine Nemesis. Jetzt hat er mich eh gleich. Ja, ist klar. Ist klar. Seesor. Aber warte. Jetzt habe ich Seesor gleich wieder. Und zwar hier mit meinem Katana. Lol, Alter. Lol, Alter. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne. Ich nähere mich von hinten an die Feinde an. Dann werde ich sie alle killen. Yo, AFK, Boys. Nicht mehr AFK. Das ist schon mal gut. 25 Sekunden. Einen Kill hole ich noch, Leute. Oder mich holt der Kill. Kann auch sein. Jetzt ja. Ich habe gesagt, ich hole noch einen. Warte, warte, warte. Vielleicht ist noch irgendwo einer drin? Nee, 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 nee. Das war's. Ach, nö. Ich bin noch bei jemandem drin. So ein Ding ist das. Great. Great. Okay, ich bin zweitbester. Das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Das ist gar nicht mal so bad. Ab geht wieder die wilde Fahrt. Ach, Mann. Dass ich hier nicht hochdashen kann. Oh, nein. Nicht ins Feuer. Nicht ins Feuer. Nicht ins Feuer. Yo, der hat geburned. Yo, why? Why? Oh, oh, oh. Oh. Alter, warum brennen hier alle? Was passiert hier gerade? Was passiert denn hier? Okay. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Irgendwo lebt doch... Okay, wir haben es klar. Ich muss das ein bisschen üben hier mit dem Springen. Man kann ja auch so nach vorne dashen, ne? Das mache ich irgendwie ganz selten. Ich weiß auch nicht, warum. Sollte ich vielleicht mal ausprobieren. So, warte. Ich gebe wieder nach oben. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Jetzt hat er mich gleich. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Lad nach, lad nach. Laden sie nach. Nice. Es ist... Oh, come on! Warte, 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 kann ich den snacken hier? Kann ich den snacken? Oh, man! Yo, was ist das hier für eine Psychose? Digga, die mit ihren blöden Raketenwerfern die ganze Zeit. Das ist unfassbar. Konzentrationen. Wieso schaffe ich das nicht, jo? Ihn einfach zu messern. Sturmgewehr verträgt. Ich hasse diese... Ich hasse diese Map. Ich hasse diese Map, ne? I hate this map. I hate it. Oh, God, oh, God. Oh, oh. Okay, das ist schlecht. Warte, ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Oh, oh. Genau, Alter, als hätte er mich... Ja, mit nem Headshot auch noch. What is happening? Das gibt's doch gar nicht, oder? Das gibt's doch gar nicht. Wie kann man so kacke sein? Einfach gewonnen. Das ist super. So, einfach mal random jetzt hier irgendwo eine Granate. Okay, nice. Ich bin geflasht. Nice, ich bin geflasht. Würde mich nicht wundern, wenn ich jetzt gleich runterfalle. Alter, hab ich einen Dusel, ne? Alter, hab ich einen Dusel. Oh, Gott, hab ich einen Dusel. Den treffe ich wieder nicht hier? Genau. Genau. Wie... Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Wie... Wie oft soll ich noch draufschießen? Wie oft noch, bitte? Manchmal ist ne Flash gar nicht so schlecht. Oh, 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 oh. Der wollte mich abschießen. Der wollte mich erschießen, Alter. Der wollte mich erschießen. Oh, nein, alle sind dead. Nein, nein, ich bin gefreezed. Nein, ich bin gefreezed. Oh, Gott. Einen hab ich noch mitgenommen. Sowas Dummes, yo. Ich bin einfach gefreezed. Ah, Leute, ihr müsst euch schon ein bisschen ranhalten hier. Das gibt's ja gar nicht. Ich dachte, diese Map ist so ein Scam. Diese Map ist so ein fürchterlicher Scam. Ich krieg solche Schmerzen von dieser Map. Ja, genau. Natürlich, klar. Nice, ich bin einfach in die Lava gefallen. Das ist richtig great, man. Ich hasse diese Map. Das ist so ein Augenkrebs-Map. Zwei gegen zwei. Okay, einer ist dead. Das ist gut. It was a good reaction from me. Oh, oh. Nice. Sehr wild. Aber übelst in die Birne rein. Übelst in die Birne. Warte, 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 warte. Oh, nein, 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 nein. Hä? Hab ich ihn nicht? Okay, Vertrag abgeschlossen. Nice. Was für ein Vertrag? Vorm Katana? Ah, Eliminierungen. Okay. Katana-Verträge, Eliminierungen. Alles klar. Warte, warte, warte. Ich muss einen noch... Einen muss ich damit noch eliminieren. Einen muss ich noch eliminieren damit. Oh, Mann. Schade, Marmelade. Schade. Ah, doch nicht. Nee, jetzt hat es sich wieder aktualisiert. Okay. Okay, okay, okay. Da gibt es nämlich auch solche... Skins dafür, ne? Ich habe für den Bogen zum Beispiel auch einen Skin schon freigeschaltet. Den kann ich euch gleich mal zeigen. Aber das ist bloß so ein ganz normaler Skin. Oh. Danke, danke schön. Vielen Dank. So, genau. Und zwar habe ich diesen... Diese Skin hier. Keine Ahnung. Das sieht irgendwie lustig aus, ne? Oh, Mann, ey. Ich dachte vielleicht, ich kill ihn mit dem Bogen. So was Dummes. Ja, der Bogen ist schwierig, ne? So, machen wir mal die Kapsel auf hier. Aber es ist nur so ein Charm-Ding. Das bringt leider gar nichts. Käfig wieder, Alter. Nichts Gutes hier dabei. Alright, Leute. So, jetzt holen wir uns mal einen Finisher-Pack. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob wir da irgendwas Cooles bekommen. Schauen wir mal. Wäre ja mal nice, ne? Wenn wir irgendwas Nices kriegen würden. Und wir haben ein Konfetti, Alter. Ach, come on. Ach, come on. Wieso? Warum? Oh, Mann. Und dann habe ich das auch nur noch hier. Dann habe ich das nur hier. Hier kann ich beim Sturmgewehr nichts hinterlegen, oder was? Nö. Nur bei dem hier kann ich das hinterlegen. Genau bei dem Sturmgewehr, was ich nicht so nice finde. Aber okay, gut. Dann probieren wir das nochmal aus. So, testen wir die Waffe nochmal. Schauen wir mal. Da habe ich nochmal hier Sturmgewehr-Verträge. Oh, weiß ich die einfach nicht, ne? Fünf Spielzeit. Fünf Minuten kriege ich einen Schlüssel dazu. Na, immerhin. Immerhin einen Schlüssel. Ich weiß nicht. Das ist wie die Farmers damals im COD. Ich finde dieses, dieses, dieses Schießen finde ich nicht gut. Okay. Okay. Auch nicht schlecht. Es ist schon, also es macht schon, ja, ich würde jetzt nicht sagen Sinn, aber es ist halt einfach komisch. Du kannst halt nicht die ganze Zeit draufhalten. Du kannst auch nicht, du kannst auch nicht den, den Waffenmodus wechseln. Das geht auch nicht. So, wir werfen mal eine Granate wieder in unser eigenes Gesicht. Das ist ja gut. Oh, was war das bitte? Alter, ihr mit euren, ihr mit euren Kack-RPGs, Mann. Das ist, das habe ich damals schon gehasst. Ich hasse es heute. Es wird sich einfach nichts ändern. Mann, es ist so krass, ey. Guckt euch das an. Das ist total dumm. Ich muss mal mein Fadenkreuz kleiner einstellen. Wer denn ist das? Ihr mit euren, ihr mit euren Kack-RPGs, Mann. Nice. Weg ist er. Wichtig und richtig. Okay, ich brauche für die Pistole brauche ich auch noch ein paar Eliminierungen. Oh, oh, das war böse. Oh, der war böse. Oh, der war böse. Das war auch böse. Aber auch in unserem Team, ne? RPG, RPG. Joa, nice. Okay, you've earned experience rap for Katana. Das ist, das ist gut. Das ist gut. Das kann ich jetzt aber nicht einstellen. Das kann ich jetzt nicht einstellen. Das ist wiederum schlecht, ne? Wobei ich mit Katana eh nicht so viele kill. Wir schmeißen da mal kurz eine Granate rüber. Okay, wir haben ein bisschen was abgezogen. Bam, weg ist er. Wieder eine Charm-Kapsel freigespielt. Sehr wichtig und richtig. Ja, Alter. Ich hasse diese blöden Raketenwerfer, Mann. Wieso muss das jeder spielen? Das ist so, das ist... Boah, könnt ihr bitte Raketenwerfer aus solchen Games rausnehmen? Das ist wirklich sehr, sehr... Oh, der hat mir, der hat mir aber abgezogen. Der hat mir aber richtig abgezogen. Meine Güte. Come on, Alter. Er muss nur so ein bisschen ums Eck lunzen und einmal draufknallen und weg ist er. Guckt euch das an, ey. Nö. Auch wenn der von uns ist. Das ist so ultra dumm einfach. Das ist wirklich ultra, ultra bad. Guckt's euch an, guckt's euch an. Oh, ich wurde mal mit einer Uzi gekillt zur Abwechslung. Ah, das ist gut. Junge, das gibt es nicht, ne? Dieser Korvels, der macht mich gerade richtig irre, macht mich der. Aber immerhin killt er mich nicht mit der RPG. Das muss man auch mal sagen. Hier, Korvels, guck. Da alle echt, ja, er ist der Einzige, der keine RPG drin hat mit mir. So, warte mal, wir können die Kapsel öffnen. Schauen wir mal, ob da irgendwas Krasses drin ist. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Geld, okay. Und Geldbeutel, ja gut. Oh, Geldbeutel, ne? Geldbeutel ist, Geldbeutel ist jetzt ja gar nicht mal so bad, ne? Verpackung, Erfahrung, genau. Und Geldbeutel. Okay. Okay, warte, 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 warte. Ähm, Sturmgewehr hab ich, welchen Skin hab ich da? Sturmgewehr kann ich, ähm, einmal nach oben leveln jetzt. So, alright. Was macht das? Ja, das verbessert die Waffe einfach, ne? Mehr macht das im Grunde genommen so nicht. Alright, Leute, das war's mit dem Video zu Rivals. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine Lieben, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Lasst ein Daumen und ein Abo da. Bis dahin, Leute. Haut rein. Und ciao.